Heute Nachmittag um drei wird in Berentoren ein Gottesdienst mitten im Wald unter freiem Himmel gefeiert. Ein Erlebnis für alle Sinne, heißt es in der Einladung. Wenn der Wind durch die Wipfel weht, Vögel zwitschern und die Umgebung nach Blüten, Moos und Gras duftet, dann komme man ganz zu sich und zur Ruhe. Der Gottesdienst wird gefeiert am Grab des Forstwirtes Friedrich von Kalitsch. Der gilt als Begründer des sogenannten Dauerwaldes, der Berentorener Kiefernwirtschaft. Im Wald sollen verschiedene Baumarten unterschiedlichen Alters wachsen. Das war einer der wesentlichen Grundsätze von Friedrich von Kalitsch. So hat er damit begonnen, seinen Wald umzubauen. Statt Kahlschlag nur einzelne Stämme entnommen und er hat Laub und Nadeln im Wald belassen. Und damit haben sich ganz schnell die Böden verbessert und es hat sich die Naturverjüngung entwickelt. Und dadurch haben wir Bestände hier in Berentoren, die verschiedene Altersklassen haben auf dem Hektar. Doreen Einhenkel hat vor über einem Jahr die Stiftung Dauerwald Berentoren gegründet, um Umweltbildung zu fördern und die Dauerwaldbewirtschaftung zu unterstützen. Dauerwald ist sozusagen das Gegenteil von schnell wachsenden Hölzern, so wie in einem konventionellen Forst mit einer Baumart, eines Alters. Die Folgen solcher Nutzung sind im Harz zu beobachten, anders in Berentoren. Wir haben hier in Berentoren jetzt 140-jährige Bestände, die keine Kiefernreinkulturen mehr sind, sondern die Mischwaldartige Bestände sind. Im Hinblick auf den Klimawandel und die Trockenheit der letzten Jahre ist der Dauerwald der Berentorener Kiefernwirtschaft ein Labor, um schon in der Gegenwart zu erkennen, wie sich ein anders aufgestellter Wald bei Trockenheit verhält. Auch Dauerwald wird von Trockenheit nicht verschont, allerdings nicht so dramatisch getroffen. Heute Nachmittag um drei ist Gottesdienst in Berentoren am Kalitschgrab. Aus der Kirchenredaktion Thorsten Kessler.